So, ich habe mir jetzt gerade den Hongkong geholt, das wird wahrscheinlich mega nervig sein. Wunderschöne, Schleifern, Schlese, Schleifern, Schleifern und Geschirr zu erstehen! Schon drei Generationen dient die Familie! Hört her! Ein Schiffsunglück! Heilige Krieger haben nicht in Kastrehändler sehr der Lust mit dem Schleifern. Wie geil ist das denn? Der hat ihm erstmal eine gegeben, ey. Ganz kurze Pause, nochmal. Ach ja. 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 Wo ist das Problem? Komm nicht näher, Bruder, ich schlitze dich auf! Zwing mich nicht nochmal zu töten! Schau mal genau, Bruder! Ruhig! S ESSCHBURT! Schau mal! Zieh! Warum kann ich ihn nicht erschießen? Das ist doch scheiße. Warum kann ich ihn denn nicht auf die Entfernung töten? Ich schwöre es. Die neuen Strafen wurden als Zusatzartikel den entsprechenden Gesetzestexten hinzugefügt und können in allen kommunalen Behörden eingesehen werden. An alle Bürger der erlaubtesten Republik. Nicht die Hörner, nicht die Hörner, nicht die Hörner, nicht die Hörner. Nicht Steine, nicht. Boah, Alter. Ja. Ist Absicht. Ja. Voll geil. Ich will den Scheiß, dass die Wachen nicht mitmachen. Die dürfen wahrscheinlich nicht mal mitmachen. Jetzt sing nochmal was. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in deinem Namen immer zu. Tyrannen sterben, Wachen fallen, der Mond scheint hell dazu. Alle Tauben außer Brieftauben. 100 Kadavern für eine Dukate? Was sind denn Dukaten bitte wert, Alter? Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Ja, Antonio. Ihr wisst, warum ich hier bin. Wohl um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio. Wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templadoge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allem. Aber hinein zu gelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Alter, die nur scheiße Synchro, aber die selber scheiße. Wollt ihr mich etwas fragen? Ja. Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Hahaha. Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermähnt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kortisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mich mehr übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärken. Unter anderem würde ich sagen. Ich glaube, es muss damals sowas. Wie geil haben die das denn gemacht hier? Und wie viel Liebe die das auch gemacht haben. Signori e Signore! Kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevales sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier...